Was versteht die LVM unter Nachhaltigkeit? Zusammenhalt ist die Basis unseres Handelns. Seit unserer Gründung sorgen wir im Miteinander für mehr Sicherheit. Auch heute übernehmen wir Verantwortung. Die ökologischen und sozialen Herausforderungen, vor denen wir als Weltgemeinschaft stehen, lassen sich nur gemeinsam lösen. Daher übernehmen wir als LVM langfristig und ganzheitlich Verantwortung für Menschen und Umwelt, um eine sichere Zukunft für uns und die folgenden Generationen zu schaffen. Environment. Wir machen uns stark für die Umwelt. Wir reflektieren die Auswirkungen unseres Handelns in allen Bereichen und richten unser Geschäftsmodell auf den effizienten und schonenden Umgang mit Ressourcen aus. Bis 2025 wollen wir unsere Energie und Wärme klimaneutral beziehen. Bis 2045 sollen alle Geschäftsaktivitäten der LVM vollständig klimaneutral werden. Social. Das Wohl der Gemeinschaft liegt uns am Herzen. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber und Vertragspartner stärken wir unsere Mitarbeitenden und Vertrauensleute. Wir unterstützen zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fördern die Gesundheit der Menschen um uns herum und engagieren uns in sozialen Projekten. Governance. Wir gehen den richtigen Weg. Als Unternehmen mit Tradition haben wir gelernt, langfristig zu denken. Wir handeln nachhaltig und verlässlich und wollen mit transparenter und wirkungsvoller Geschäftsführung unsere ökologischen, ökonomischen und sozialen Ziele erreichen. Wir gehen aufeinander zu. Wir packen es gemeinsam an und wir halten zusammen. Jetzt und in der Zukunft.